Wie ein ideal geschnittener Obstbaum aussieht, wie ein Tannenbaum. Also von unten ein bisschen breiter und nach oben spitz zulaufen, damit Sonne einfallen kann. Die Sonne ist ganz, ganz wichtig für die Blütenknospenbildung im nächsten Jahr. Ich liebe Bäume schneiden. Bäume schneiden ist echt mein Ding, das mache ich sehr gerne. Eigentlich braucht der Baum die Früchte nicht, die wollen wir nur. Der Baum will vom Grundprinzip her eigentlich nur wachsen, wachsen, wachsen und am besten immer zum Licht. Der braucht die Früchte nicht, nur zum Vermehren, aber sonst braucht er sie nicht. Die brauchen wir, um Äpfel zu verkaufen und sie zu essen. So kommen die Bäume aus der Baumschule, so bekommen wir sie. Und jetzt fehlt hier aber noch der Pflanzschnitt. Pflanzschnitt heißt, alles was ich nicht gebrauche, kommt weg. Und ich will mir hier unten eine Basis aufbauen, die ich dann über die Jahre auch halten kann. Wenn die Starken oben bleiben, dann werden die Äste darunter immer schwächer, weil der Ast sagt, ich bin der Chef hier oben und zieht sich die ganzen Nährstoffe und beschattet die anderen Äste auch. Deswegen nehmen wir die auch nochmal weg. Das ist der ganz große Chef. Dann kommt hier unten die Basis. Das ist der kleine oder nächste Chef. Alles was nachher dicker als die Mitte ist, muss raus. Und die schneiden wir jetzt alle an, weil ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das eine Blütenknospe ist. Die wird jetzt schon dick. Und wenn hier nur ein Apfel ansetzt, dann habe ich den Ast schon als Basis verloren, weil er nicht mehr hochwächst, sondern so wächst und dann ist er kaputt. Also im ersten Jahr soll der Baum auch wachsen, halt den Standraum ausfüllen und erstmal ein Baum werden und kräftig werden. Ich möchte hier im ersten Jahr gar keine Äpfel dran haben. In den Vollertrag kommen wir nach dem siebten Jahr erst oder im siebten Jahr, wenn alles optimal läuft, dann sitzen da so 120 bis 140 Früchte drauf. Sechs, sieben Äpfel sind ungefähr ein Kilo, also irgendwo zwischen 15 und 20 Kilo. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, passt, ne? Genau. Ihr, die vielleicht ein, zwei Bäume im Garten haben, könnt gerne im März schneiden, denn die Tage werden länger und hoffentlich auch trockener. Und das ist eigentlich ein ziemlich guter Zeitpunkt, dann Bäume zu schneiden. In diesen Tagen schneiden wir Bäume, damit die Schnittwunden gut verheilen bei trockenem Wetter und der Obstbaumkrebs weniger Chance hat, da einzudringen. Also, so sieht Obstbaumkrebs aus. Hier fließen schon keine Nährstoffe mehr und auf der anderen Seite ist er quasi schon rum. Das muss auf jeden Fall weggeschnitten werden. Das hier oben würde absterben und beim nächsten Regen würden die Sporen hier den Ast runterlaufen und hier weiter infizieren. Und so geht es halt immer weiter. So, jetzt sind wir hier am wechseln und mit dem Zeilenräumer. Ich muss natürlich sehen, dass ich möglichst dicht an die Bäume komme, aber auch aufpassen, dass ich die Drahthosen dort nicht abschrupple. Und möglichst schön viel Schnittholz und Blätter auch mit Fleck bekomme. Das bleibt liegen, alles gut für den Boden. Das wird ja alles wie der Humus, das lockert den Boden auf, das wird zersetzt. Schief gehen kann dabei, dass ich nicht aufpasse und die Bäume rumfahre. Dann ist das Gerät vorne krumm und der Baum ist kaputt. Hi. Hallo Olli. Wie weit bist du mit Häckseln? Ich habe den Außendeich fertig, das da, wo ihr geschnitten habt. Ich fange jetzt hier an in Deichs. Ihr seid ja hier fertig. Du kannst häckseln A2, A3 noch nicht und dann von A4 bis A7 hin. Das sind so meine Arbeiten hier, das Buschäckseln, dann kommt nachher das Mulchen, das Mähen, das Baumstreifenfreihalten, Pflanzenschutz machen wir beide gemeinsam. Das hat sich so mal ergeben, dass Olli eher das Gärtnerische macht, die Kulturführung und ich mache eher die Pflegearbeiten. Ich meine, Alter, ist das auch schön, wenn man da drinnen sitzt und Radio hören kann. Ja, und ich habe das nicht so gerne, wenn Papa am Baum rumschnüppelt. Er meint, ich schneide ihm die Ernte runter. Nee, Papa schneidet mir zu wenig. Der lässt oben zu viele Dicke drinnen, dass unten die Sonne nicht hinkommt. Brauchen wir hier vor der Kamera nicht durchdiskutieren. Haben tun wir die Äpfel noch lange nicht. Das sind zwar alles Blüten, aber dann kommt es ja auch darauf an, wie das Wetter in der Blüte ist, fliegen die Insekten, ist es warm genug, damit der Pollenschlauch wächst, also dass die wirklich befruchtet wird. Da kann noch Hagel kommen. Wir leben vom Wetter und mit dem Wetter, da kann noch viel dazwischen kommen. In der Kiste haben wir die Äpfel noch nicht. Hallo. Das ist ja die Arbeitsbühne, wo wir auch mit Pflücken und Handausdünnung machen, die eigentlich tagtäglich läuft. Die hat vorne zwei Sensoren dran und tastet sich hier an den Ästen durch die Reihe durch. Hat einen automatischen Hannausgleich, geht drei Meter hoch und ist halt eine super Arbeitsplattform, um jetzt von oben die Bäume zu schneiden. Hier haben wir unsere Automatik, die steht jetzt auf On. Der muss der blinken, dann sind die Räder gerade und jetzt stellt man ihn auf die Geschwindigkeit über den Joystick hier ein. Und jetzt tastet er sich durch die Anlage und wir schneiden einfach von oben. Am besten sind immer ganze Schnitte und nicht so viel Schnippeln. Also Schnippeln heißt jetzt zum Beispiel den so querschneiden, den nochmal hier oben und den querschneiden, sondern einfach mal große raus. Ich mache das jetzt einfach mal eben. Da muss man auch ein bisschen Blick für haben. Der Ast hier, man muss sich das ja auch immer mit Blätter vorstellen. Wenn der Blätter hat, ist er so breit und nach unten kommt keine Sonne mehr. Den schneiden wir hier weg, auch wieder ein bisschen lassen, sodass eventuell hier noch nächstes Jahr ein neuer Schoss rauskommen kann. Also hier haben wir jetzt Krebs hier oben am Stamm. Der muss natürlich weg. Entweder haben wir da so ein Krebsmesser oder ich mache das auch ganz gerne. Auch hier sollte man nicht zu viel Angst haben. Von oben und von unten. Jetzt haben wir es großzügig weggeschnitten. Wenn er rum wäre, dann hätte ich jetzt versucht, ihn hier wegzuschneiden und eine neue Mitte hochzuziehen. Aber man sieht es hier ganz gut. Das ist das Kernholz. Und hier außen, nur in diesem kleinen Stück hier, von der Klinge bis dahin, werden die Nährstoffe transportiert. Und in fünf Jahren ist das, was jetzt Nährstoff transportiert, Holz und das andere ist weiter mit nach außen gewachsen. Wir sind jetzt mal einmal von den Äpfeln in die Kirschen. Wir haben jetzt hier die Sorte Cordia. Vom Prinzip her so ein bisschen das Gleiche. Von oben her Licht reinbringen. Na? Alles, was im Baum reinwächst, weg. Hi, na? Hast gerade Pause. Ja. Okay. Ich habe so eine große weiße Vase, die auf dem Boden steht. Die will ich halt mit Kirschzweigen bestücken und die dann ein bisschen österlich schmücken. Und da hat Olli den jetzt gerade ein bisschen kaputt gemacht, weil er die schöne Spitze abgeschnitten hat. Aber ja. Für die Optik habe ich eher den Blick. Für die schöne Optik. Gucken wir mal. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr auch einen Garten habt, ob ihr einen Obstbaum habt, wenn ja, wie ihr ihn schneidet und wann ihr ihn schneidet. Fragt gerne noch, wenn ihr Fragen habt über den YouTube-Kanal. Kommentiert es, klickt rein. Wir freuen uns.